Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest schwurgebunden anzunehmen bei der Zeitenwächterin Wiebke in das Sturmsanktal. An dieser Position hier bin ich, hier auch ein bisschen die Gegend, nehme die Quest gleich an und darf nun die Route der Gezeiten looten. Da laufe ich diesen Weg hier entlang, gewinne dieses Gebäude, gebe auch Map, ganz kurz. Da ein Elite-Mob kommt von der Seite, laufe durch. Hier töte ich erstmal den Mob hier, der mich verfolgt. Ich befinde mich nun hier, an dieser Position. Hier diese Route der Gezeiten mit der rechten Maustaste anklicken. Nun nicht weglaufen, denn ihr müsst sie nochmal anklicken. Also in der Beta ist es so, ob es dann im fertigen Spiel auch so sein wird, weiß ich nicht. Ab sie jetzt darf wieder hinauslaufen. Nun zeige ich euch, wo man die Quest abgibt. So, Quest ist abzugeben bei Gezeitenwächterin Wiebke in das Sturmsanktal. An dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Tschau.